und ein herzliches willkommen zurück zu meiter mit porsche immer kurz auf den kalender gucken das ist durch auf den kalender journal glaube ich na wie viele tage hat diese 28 die alle achten alles gleich dann haben wir schon sommer da kommt der sommer ist das nicht cool kampfkunst hier tag der erinnerung ach so wir sollten doch auch noch genau ich brauchte sowieso noch glas für glas für die lampen in der letzten folge haben wir alles dafür vorbereitet dass wir genug materialien haben um die tüft tüft bahnen zu machen wir machen hier einfach noch mehr holzbretter einfach weil wir die immer brauchen anscheinend nur wir haben dass sie wir können ernten glaube ich ganz kassen entfernten ein wenn die noch nicht ernten sind sauer aber ich mache jetzt dafür diese für die minute da mache ich jetzt da kein jünger rein so wir haben das dieser hat er aufgehört hat er kein auto hatte keinen verdammt das läuft verdammt ich habe vergessen da was mal rein zu aber wieviel kupferbachen baue ich denn fünf pro ach so wir haben ja noch zeit so die sitze wir können die sitze herstellen wir können vier machen wir brauchen viel wir brauchen sechs machen ja genau also normal wir brauchen ein uns steht wir brauchen das hier noch und wir brauchen einen übungs hier mann warum ich da geguckt habe das war kurz gucken das war noch banner der große höhe und warum der geister club wir haben nicht genug kupfer weiß ich was dieses 2.9 heißt aber das heißt eigentlich drei brauchen wir doch wir brauchen drei und wir haben zwei und hier brauchen wir hartholz tier wir brauchen wandel ich aber ich weiß jetzt nicht wie viele das machen wir beim nächsten mal so okay level up und wir werden direkt die nächste bauen das jetzt kopf verbaren Äh, I. Bummireifen, und dann brauche ich Stoff. Ich brauche noch Stoff. Bevor wir die jetzt fertigstellen, werde ich aber erstmal, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich erst den Auftrag annehmen musste. Deshalb werden wir erstmal die eine TÜV-TÜV-Bahn schon mal abgeben. Ein Passagier. Äh, TÜV-TÜV-Transporter montieren. Montieren. Jetzt hier geht mir ein Fragezeichen an. Ist ja immer hier gerade raus, ich habe der Scharlingel. Achso, das ist es. Achso. Hier. Na, aber gut, die Aufgabe kommt ja nicht von. Muss ich die Antoine geben? Ja. Die Qualität ist excellent. Good work. Since you finished the DD, I'm supposed to tell you to go see Mr. Mayor. He wants you to build some road signs or something. Ja, warte, ich will mir noch einen neuen... Achso, warte. Bin doch gerade hier. Achso, warte. Achso. sehr gut geht das hätten wir nehmen uns direkt den nächsten auftrag der einer ist nämlich auch schon weiterer ist ja schon weg müssen es beeilen sonst kommt die ganz und sonst noch die anderen wir können eigentlich noch wir können eigentlich insgesamt machen jetzt noch ein cloud gehen gleich so faserstoff gole 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 ich bin jetzt noch ach, ich bin reif Was fehlt hier noch? Ach, ein Motor. Das wichtigste eigentlich. Ja, ne? Packen wir. Okay, das haben wir. Warte, ob wir noch einen Sitz herstellen können. Ja, können wir. Dann haben wir alles zusammen für die, für eine dritte, ne? Cool. Ah, jetzt geht's schnell, ne? Jetzt geht's echt schnell. Wir geben den jetzt noch ab. Und jetzt den nächsten Auftrag impfen wir noch schnell. Okay, was hast du denn gedacht, dass du plötzlich Qualität anders seht? Oder? Wer wartet? Und das gibt uns auch, ja, auf die Bewertung, in der Bewertung, dass wir dann, sagen, C, dann endlich mal auf B dann kommen. Äh, wie viel Kuhle haben wir denn hier? 7.000. Weißt du, wir müssen auf jeden Fall nochmal angeln gehen. Um die 15.000 zu bekommen. Hier. Jetzt. Äh, das. Ich war jetzt ganz ein bisschen konzentriert. Ach so, einer fehlt es. So, haben wir doch hier alles zusammen, ne? So, wir brauchen drei davon. Da hab ich eins. Kann ich noch? Nee, sitze kann ich. Der dunkle Kaffee-Tisch, stimmt, wie er. Nee. Was war das? Das war doch irgendein Kaffee-Tisch, den wir nicht machen konnten, ne? Tockengestell. Kräuterzaun. Irgendwo Einwohner, die Kräuter anbauen, nutzen sie zu deren Schuhen. Noch gar nicht geguckt, was man hier alles so machen kann. Leitfähiger Holzboden. Und dieser Fußboden verbindet Generatoren mit Maschinen, die Energie benötigen. Okay. Soll ich jetzt eigentlich gucken? Ach so. Gummi-Reifen könnte ich sogar noch drei machen. Wir können einen Sitz herstellen. Ich werde mal irgendwann mal anfangen mit den Farmen, ne? Ja. So. Drei. Vier. Sechs. Jeder haben wir auch. Hier, das läuft auch. Schauen wir gerade mal. Was wir hier. Die wenigstens schon mal platzieren, hier. Aber mir fehlt noch ein Motor, ne? Deswegen wollten wir nämlich drei machen. Dann, ähm, werden wir auf jeden Fall noch mal in die Mine gehen. Beziehungsweise ich werde. Wasserstoff brauchen wir auch. Dann holen wir das erst mal wieder zurück. Zurückholen, bitte. Dann packen das erst mal weg. Äh, bringen das erst mal weg. Judi. Und dann gehen wir zu dem... Wir haben uns noch die Belohnung eben ab und gehen zum Bürgermeister. Ich habe noch ein anderes fertig gemacht und es ist immer noch so hoch. Ja. Den lassen wir erst mal noch und gucken. Wie geht da noch? Ja. Wir brauchen zwei Wasserstoffe und einen Sitz. Das kann kein Problem sein. Wo will ich hin? Okay, am Sonntag? Ne, die sind nicht mehr. Ich bin jetzt. Ich wollte doch gar nicht hin. Es geht plötzlich alles ganz, ganz, ganz schnell. Da werden ja Pfeile angeht. Um, auf der Karte. Ja. Ah, der ist ja noch an der Kiel. Seht mir da noch angezeigt? Achso, das ist da oben. Okay. Dann müssen wir mal da oben hoch. Ah, warte. Bevor der Auftrag weg ist, holen wir uns den noch für vier Stück gemacht. Und hier geht es nur. Loser. Irgendwann ist ein Loser. Schade. Judy. Runterkommen. Und uns in Gegenwäsche. Irgendwo dahinter wieder sein. Da ist er. Wir sollen drei davon bauen. Sehr gut. Ich nehme die Kommission. Jetzt, wenn ich mich über das denke, du wahrscheinlich nicht hast den notwendigen Handbuch für diesen item. Du musst in den Forschungszentrum und sprechen mit Petra. Sie sollte dir helfen. Mhm. Okay. und mir nicht nicht wäre ich werde die meisten tüftes bauen ja nein ich habe schon alleine drei gebaut in den vierten gefällt es in der mache video wollte ich jetzt so erstmal so da brauchen wir hier nicht genug materialien weil holzbrett hier fehlt mir nur noch einer und dann könnte ich jetzt einen sitz bauen mal wegen faserstoff müsste ich eigentlich auch noch herstellen können und dann kann ich auch mal faserstoff für faserstoff brauche ich abgenutztes fell dann hier von dem stoff brauche ich ne sehr gut jetzt kann holzbrett auffüllen weil wichtig ok dann werden wir erstmal die die wir haben das schon mal platzieren vielleicht kann ich ja vielleicht kann ich ja das ding ins kaufen stoff so dann brauchen wir noch kupfer und den faserstoff und ein motor motor genau dann gehen wir mal eben in die mine achso das ist jetzt ne ankündigung bla 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 achso ich glaube ich kann die mine hier noch benutzen ich glaube wir haben das da rauskommt dann warte mal kurz ah ist abgelaufen aber ich glaube dass wir mit der mail ja dann werden wir mal eben in die mine gucken aber 3 etage gehen sollen Den Budden. Da kann man sowieso noch gucken. Oh. Keine Artefakten. Da kann man sowieso noch gucken. Da kann man sowieso noch gucken. Müssen wir mal ausprobieren, was passiert, wenn ich auf eine andere rede. Ich habe es keine Lust auf kundenlang zu suchen. Okay. Ein Velka-Ast, ein Zeichen dafür. Für das Ende einer ... Ach guck mal da. Egal Glücke. Oh Gott. Motor finden, ne? Nicht schlecht. Nicht verkehrt. In der Mode. Sehr gut. Nicht. Wir gehen direkt raus. Naja, Fertigstellen ist nicht möglich, weil mir fehlt ja noch Wasserstoff. Wie sieht die aussehen. Ein Dinger da ... Brief, mein Briefkasten. Okay, der kleine Motor, wo ist er? So eine Landpflegedatenship, ich habe keine Anrufe. Nur noch den Stoff. Und hier wieder noch einer. Ich benutze das Felsen. So, dann würde ich sagen, es ist ja schon wieder Abend, ich beende jetzt diese Folge. Beim nächsten Mal machen wir die hier noch fertig und dann gucken wir mal, was Petra sagt wegen der Haltestelle. Die müssen wir ja noch lernen, wenn ich weiß. Und gleich gehe ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen angeln, weil damit wir ein bisschen gut zusammenkriegen, um das Grundstück zu erweitern, weil wir haben mittlerweile weniger Platz. Ginger. Ja. Okay. Okay, und dann werden wir so nach und nach mal die Öfen und so weiter austauschen, dass wir die da wegkriegen. dann da diese Felsen, die hier einfach einen Ofen oder so dann herstellen. Einfach mehr produziert werden kann. Ich denke mal auch mit weniger Materialien kann ich nicht vorstellen. Mal gucken. Aber wir können da ja auch. Wir brauchen hier drei Kupfererz für einen Kupferbarn. hier auch. Keine Ahnung. Aber man kann hier viel mehr Sachen herstellen und hier einen auf einmal. Judy. Okay. Beim nächsten Mal kriegen wir das hier fertig. Wir kriegen den Handelsauftrag auch fertig. Dann können wir einen neuen endlich mal annehmen, weil ist ja auch schon Zeit. Wir haben den Auftrag noch drei Kupferstellen zu bauen. Da. Ich glaube, das ist, glaube ich, egal. Es gibt, glaube ich, ganz viele Plätze, wo man hier kann man eine hinstellen. Da. Hier. Hier. Hier und da. Es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf Plätze, wo wir das aufstellen können und drei brauchen wir ja nicht. Vielleicht können wir noch eine Späte machen. Für Kohle halt, weil wir ein bisschen vorankommen wollen und ja, wir haben in den letzten Folgen sehr viel Fortschritt gemacht. Sehr gut. Geht voran. Jo. Okay, ja, es wird spät. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Da ist noch eine Bewertung und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.